Ja, guten Abend, mein Name ist Volker Bouffier, komme hier aus Gießen und bin gerne beim BKF. Ich bin heute das erste Mal da, es hat mich überzeugt. Die Idee hat mich überzeugt, dass es ein intelligentes Instrument ist, wie man Kommunikation, moderne Technik und Innovation zusammenbringt. Die Atmosphäre war prima. Ich wünsche viel Erfolg. Ich glaube, es lohnt sich zuzuschauen.